willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge lesber clash of fans mit mir dem torsten und ihr habt im titel gesehen es geht mal wieder los also die klaren spiele gehen los und ich lade euch wie fast zu allen klaren spielen mal wieder in den klaren deutschland ein als wir haben ja noch ein paar stunden zeit das video kommt jetzt ein bisschen später aber soll auch nur ein kurzes info video werden beziehungsweise sohn so ein opening video also in 19 stunden fangen die klaren spiele an und ich bin im klaren deutschland ich hatte den die tage schon offen gemacht offen für klaren spiele und paar cks wenn ihr bock drauf habt das passe ich mal eben an mit all in dann weiß man dass man hier mit ganz vielen rathäusern kommen kann ich stelle doch die trophäen mal so ein bisschen runter aber so 600 pokale solltet ihr schon haben denke ich mal ich glaube das ist ganz fair und dann spielt einfach bei uns einen klarkrieg mit und macht die klaren spiele mit würde mich in jedem fall freuen wenn wir das ding hier noch so halbwegs befüllen ihr seht auch die klaren tag hier halten das ist die vom barfuß das ist die vom klaren deutschland verlinke ich euch aber unten in der video beschreibung und qc g ist das glaube ich vr j00 und dann könnt ihr rein sollen und so ein paar sind jetzt schon drin wenn auch nicht gerade super viel aber ich brauche ein gift zauber damit ich hier wenigstens ein bisschen angreifen kann aber kleiner tipp für euch bei den klaren spielen gibt es oftmals ein klaren spiel baue mal so ein paar sachen ab und wenn die 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 ganz ganz fleißigen wir bauen ja immer gesamtes dorf ab ich bin ja immer so einer der so ein bisschen hier ein bisschen bisschen lässt hier auch den rasen lasse ich eigentlich immer der muss dann sonst immer herhalten fürs klaren spiel aber wenn ihr hier so ein bisschen die büsche und so ein bisschen die bäume stehen lässt oder die stumpfe hier dann habt auf jeden fall ein klaren spiel hoffe ich denke ich mal ganz ganz sicher nämlich baue mindestens fünf sachen ab oder so gibt es ja manchmal oder ein paar mehr und auch für die die vielleicht den passt noch nicht ganz voll haben zum beispiel gerade was hier unten die sachen angeht mit gewinne sechs mal einen klaren krieg habe ich auch noch nicht gemacht und auch hier hier hinten ich meine klar wenn du keinen klaren klick spielst schaffst du sie natürlich nicht also habt ihr die chance hier die ganzen dinge auch denke ich mal voll zu bekommen und deswegen john die ruhig rein wie gesagt beschreibungslink bzw der link in unserem clan die id die tag ist unten in der beschreibung drin und ich würde sagen wir ziehen los mein zauber auch allerdings noch gerade ein zwei drei sekunden zehn sekunden noch 9876 und dann kann ich hier wenigstens angreifen denn spendet mir im moment keine an zaubern ich habe eben gedacht also ganz ohne gift zauber kann es auch nicht losziehen das bringt dann auch nichts an der stelle aber jetzt habe ich ein gift zauber fertig und jetzt kann ich wieder ein bisschen üben das was ich so um so eigentlich mache ich habe ja auch vor in diesem klaren dann so eine art mal wie soll man sagen manchmal einer ck zu spielen so nach dem motto wir greifen alle mit luft an oder so weil was alles so toll können oder halt auch nicht können mal sehen da gehen meine mauerbrecher aber schon mal durch das nicht schlecht dann schicken wir jemanden king und hier den mager dass wir hier weiter fahren können denke ich mal ja das sieht ganz gut aus ich glaube ich muss mal ein bisschen näher für euch rein gehen so so passt das ganz gut aber ach der hat das lager dann nicht geschafft jetzt geht meine queen doch außen rum ärgerlich ärgerlich aber das schießt jetzt auch mal eben nichts drauf deswegen kurz mal den king zünden und jetzt muss ich die doch noch mal in wut bringen hier mal sehen ob ich jetzt irgendeine mauer noch erwische da ist ein gebäude dahinter da geht es noch mal komplett rein dass sie alle das sieht noch ganz gut aus was habe ich in der clanburg auch nicht so nicht so große ok der der weg der queen ist unergründbar ich muss das lager eben mal weg machen da und ich denke mal jetzt geht es doch ein ja sie geht doch ein ok jetzt habe ich natürlich nichts mehr für meine luftruppen hinten ist noch eine queen die darum tänzeln super beste voraussetzung hier für den toto also ich mache mal wieder alles fast richtig ja ich mache mal wieder fast alles richtig aber auch nur fast und deswegen schicken wir jedoch jetzt unsere unsere rest meute rein clanburg hier mit hin ein hund von da ein hund von dort und dann soll das jetzt reingehen ich schicke meine minions hier komplett mit ins feld denn ich muss hier etwas giften es ist die gegnerische queen an der stelle und 1 2 3 4 dass ich wenigstens ein sternkriege wenigstens stern will ich ja haben und da kommt 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 ja haben wir haben den stern hier drin die queen habe ich mein queen war mal wieder legendär würde ich sagen aber die queen und die queen hat sein gerafft von der welt mal nicht schlecht auch nicht schlecht aber ich habe zu wenig ballons hier und noch den bösen feger wenn die jetzt noch wenigstens den minenwerfer da machen würden dann geht das dunkel lager auch noch mit drauf aber ich brauche gar nichts brauche nix mit dem account hier also nur so ein bisschen die sterne und vielleicht habe ich jetzt irgendwas im clanspiel gemacht keine ahnung nicht nicht im clanspiel schuldig bitte in den pass gemacht und so könnt ihr das aber hier auch machen also vielleicht nicht ganz so vielleicht nicht ganz so sondern vielleicht ein bisschen besser aber wie gesagt sollte nur so kurzes kleines update video sein bzw einladungsvideo dass hier mal wieder so ein bisschen was geht bei uns ich würde mich auf jeden fall freuen der frei ist auch mit dabei also auch mein rathaus 7 habe ich hier mal geparkt für den einen oder anderen klaren krieg denn auch da glaube ich fehlt mir noch der ein oder andere kleinere erfolg und ihr könnt auch ein bisschen spenden also für die vielleicht nicht so dolle jetzt gespendet haben weil die accounts vielleicht zu klein sind rathaus 8 rathaus 7 oder so kommt ruhig rein dann wird euch geholfen ich fordere hier mal an dann kriege ich auch von frei gleich wieder ein paar truppen macht er sein ding ja auch allerdings kann er kein zauber spenden das ist ein bisschen doof deswegen bin ich auf euch so ein bisschen angewiesen die mama noch mal noch mal nach mit gift zauber ja wie gesagt ich hoffe ihr kommt der aufforderung so ein bisschen nach also der clan deutschland ist für euch offen und ich würde mich freuen wenn wir das wochenende hier zusammen verbringen und beziehungsweise die nächsten sieben tage so lange gehen ja die clanspiele machen wir ein bisschen zk dass uns nicht ganz so langweilig wird hier also ich freue mich auf euch ich hoffe ihr freut euch auf mich und ich sage bis dahin euer toto